So Freunde, wie versprochen kommt heute mein erstes selbstgebackenes Brot-Video. Und jetzt werde ich euch mal ganz kurz zeigen, was ich jetzt einfach mal alles reinmache bei mir. Okay, das ist jetzt hier gerade noch Speck, der Taut ist gerade auf, den habe ich aus der Kaffrier drüber rausgeholt. Dann habe ich hier Walnüsse, dann das selbstgemachte Knoblauch, Pepperoni, Pfeffer, Öl. Dann habe ich hier eine Zwiebel, dann habe ich Majoran und Rosmarin. Dann habe ich hier 400ml Mehl, dann habe ich noch Zucker, warmes Wasser, Trockenbarkäfe und Salz. Okay, ich werde jetzt mal anfangen, die ganzen Sachen erstmal klein zu schnippeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, bis gleich. So, dass ich schon mal ein bisschen Platz habe, habe ich schon mal das 2 Teelöffel Zucker. Und den Speck habe ich jetzt schon mal ins Mehl reingeschüttet, dass ich ein bisschen Platz hier auf dem Tisch habe. Das kann man schon mal reinmachen. Jetzt zupfe ich hier noch ein bisschen Majoran. Ich mache das jetzt einfach so, wie mit meinem Olivenöl. Ich probiere einfach das ein bisschen aus. Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich das so mache. Ich habe das Rezept nach einem Art Stockbrot-Rezept, wo ich jetzt da mache. Ja, so viel mal dazu. Das reicht, glaube ich. Dann nehmen wir auf jeden Fall Zwiebel. Ja, und dass es euch nicht zu langweilig wird, während ich jetzt hier schneide. Ich habe jetzt das Messer noch besorgt für mein Giveaway in Frankreich. Dann habe ich gedacht, komm, dann kaufe ich mir auch nochmal gleich das gleiche. Opinel Nr. 8, die Gärtnerausführung. Ja, dann stand ich da drin im Laden. Und leider war es dann das Letzte. Also ihr kriegt natürlich jetzt das Letzte, was ich da jetzt gekauft habe. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall ungefähr noch einen Monat warten. Laut dem ihrer Aussage, dann bekommen die erst wieder Frische. Und das meistverkaufteste übrigens ist, ja, im Moment da unten in dem Laden, das Opinel Nr. 8, die Gärtnerausführung. Die Besitzerin selber hat gesagt, dass sie mehrere davon haben und auch in der Küche die verwenden. Also deswegen denke ich auch, man muss jetzt nicht unbedingt die normalen Opinel Nr. 8, nur weil jetzt da jetzt draufsteht, Gärtnermesser, dass man die noch nicht für nichts anderes verwendet kann. Ja, das ist jetzt ein bisschen ziemlich grob, die Zwiebelstücke, gebe ich zu. Da gehe ich auch mal ganz kurz mal drüber. Ich würde es euch jetzt ja gerne noch zeigen, aber das mache ich nicht. Es soll jetzt ja hier das Brot-Video werden. Noch ein bisschen vom Rosmarin reinschneiden. Da habe ich jetzt die frischen Triebe genommen. Dann mache ich es in die Stängel auch für den Fall, dass ich in den Stängel mit reinkriege. Die sind noch ganz weich, das macht dann nichts. Also ich schneide das jetzt alles gar nicht so fein, aus dem einfachen Grund. Ich mache es jetzt auf eine bisschen rustikalere Art. Ich probiere es jetzt ja erstmal aus, ob es überhaupt was wird. Ich hoffe es ja jetzt, je nachdem werde ich vielleicht dann noch das Ganze jetzt mit meinem Robo machen. Aber versprechen kann ich es jetzt noch nicht. Schauen wir mal, was wird. Okay, und übrigens, echte Buschkräfte brauchen keine Nussknacker. Die machen es mit den Händen. Oder auch nicht. Scheiße, die sind vom letzten Jahr. Okay, kurze Pause. Bis gleich. Ciao, ciao. So, jetzt bin ich nochmal zurück. Was für eine Blamage. Also ich habe jetzt keine Nüsse hier manipuliert, dass ihr jetzt denkt. Also ich probiere es jetzt mal so. Eigentlich lege ich die immer so Kante. Also hier Kante. Auf die Kante. Ich nehme das so in die Hand. Das mache ich auch mal, wenn ich dann draußen beim Wandern bin. Und wenn wir die Nüsse sammeln. Und dann. Ah ja, okay, gut. Jetzt hat es funktioniert. Die hake ich natürlich jetzt auch noch rein. Okay, bis gleich. So, ja, jetzt habe ich endlich ein paar Nüsse noch geknackt bekommen. Jetzt mache ich die ganz kurz ein bisschen klein. Ich will jetzt die jetzt. Ich will jetzt die ja nicht zermahlen. Sondern nur, ich will ja auch was schmecken und was zu beißen am Beinbrot. Jetzt muss ich mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich immer noch kein Stativ habe. Aber dann hätte ich das wesentlich besser und schöner aufnehmen können. Aber ist jetzt halt mal leider nicht so. Aber ich hoffe, man kann das grob so erkennen. Gut. Also, soweit bin ich jetzt fertig. Das ist jetzt alles geschnitten. Hier drin ist jetzt schon der Zucker, der Speck. Dann mache ich jetzt einfach mal. Ja, genau, die Kamera umschmeißen. Das mache ich jetzt. So, alles rein. Dann kommt noch zwei Esslöffel von dem Olivenöl mit rein. Dann kommen noch 300 Milliliter warmes Wasser. Dann geht es ans Kneten und dann geht es nach draußen mit euch. Okay, bis gleich. Natürlich kommen auch noch die Brockenpakete. Kommt auch noch rein. So, und ja. Jetzt kommt das Öl und das Wasser und das Kneten. Okay. So, jetzt ungefähr eine Viertelstunde später ist das dabei rausgekommen. Die sind jetzt so Handflächen groß. Mal sehen. Ja. Habe ich zwei Stück. Wenn ihr die bloß riechen könntet. Ah, ich freue mich schon. Also, ich hoffe, dass es was wird, weil die riechen sowas von klasse. Danach Speck, Zwiebeln. Ja, und dann noch mit dem Öl. Also, ich kann es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall, es schmeckt wirklich, es schmeckt, sage ich schon. Es riecht super und ich hoffe, dass es dann genauso gut schmeckt. Ich hoffe überhaupt, dass es was wird. Okay, jetzt gehe ich mit euch raus. So, Freunde. Jetzt bin ich draußen. Eigentlich wollte ich ja das mit dem Hobo machen von mir mit dem Künzi. Aber es ist alles ein bisschen länger und später geworden wie gedacht. Und dann müsste ich jetzt noch unser ganzes Holz hier, was wir hier im Winter haben, noch ganz klein hacken. Und so, das reicht man einfach von der Zeit nicht. Ich muss es nur noch nicht dann fertig machen für die Nachtschicht. Ich zeige mal kurz, dass ich hier das U-Hes-Geschirr. Oh ja, da habe ich jetzt ein bisschen Öl reingemacht. Jetzt schwimmt es aber schon fast im Öl. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, und dann mal schauen, was wird. Ich schmeiße den jetzt auch gleich unspektakulär an. Dafür habe ich hier den Brennspiritus. Dann geht es schneller. Wind haben wir. Also bis gleich. So, das Feuer brennt. In der Zwischenzeit werde ich jetzt nochmal mich mal kurz duschen gehen. Bis dann da eine kleine Glut vorhanden ist. Und dann kommt es drauf. Okay, bis gleich. Ich glaube, Freunde, ich glaube, ich habe da einen kleinen Bockmist gebaut. Und zwar, ich habe ja zuvor das Öl reingemacht. Wie man sehen kann. Und das ist nicht anbettet der Teig. Jetzt fasse ich ihn aber an. Jetzt hat er schon wieder die Konsistenz so. Ja, das saugt alles auf. Und ich habe halt nicht gewusst, dass das jetzt so lange dauert, bis das mit dem Feuer und mit der Kohle. Und jetzt hat es, wie es aussieht, das Ganze aufgesaugt. Das sieht so aus, das ist auch ein bisschen komisch aus. Naja, ich werde es jetzt trotzdem machen. Aus Fehlern lernt man. Und beim nächsten Mal weiß ich dann Bescheid, wie ich das mache. Ich habe ja noch einen zweiten Teig. Ob das von der Zeit, das heute hinhaut, dass ich den noch dann reinmache. Wir werden es sehen. Okay, bis dann. So, jetzt schauen wir mal. Es sind ungefähr acht Minuten vorbei, was daraus geworden ist. Also ich muss auf jeden Fall nochmal reinstellen. Ich will es nochmal gucken, wie es im Moment aussieht. Vielleicht ist es jetzt schon kaputt. Ich stelle ich gerade mal kurz hin. Ich glaube, unten ist es angebrannt. Aber innen drin ist es auch noch ganz flüssig. So, jetzt schauen wir mal, wie weit es jetzt ist. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Das Öl ist fast weg. Noch ein paar Minuten, denke ich. Und dann schauen wir mal. Also wie Brot sieht es noch nicht aus. Das waren jetzt bestimmt schon 20 Minuten. Ich habe extra so eine Eieruhr draußen, weil ich keine Uhr trage. Und dann stelle ich nochmal auf fünf Minuten. Die Seite ist, da stehe ich gerade mal rein. Die scheint gut zu sein, aber hier noch nicht. Schauen wir mal, wie ich das jetzt am besten mache. Nichts noch auf die andere Seite, wo es heißer ist, hinstellen. Schauen wir mal, bis gleich. So Freunde, jetzt bin ich mit euch reingegangen. Halt draußen die ganze Nachbarschaft rum sitzt. Und die jetzt schon die ganze Zeit blöd geschaut haben, weil ich immer mit mir irgendwie selber geschwätzt habe. Anstatt, dass die halt gesehen haben, welche Kamera einander. Ich muss gleich vorab sagen, das ist jetzt nichts, glaube ich, so geworden. Ich habe mehrere Fehler gemacht. Und zwar einmal die Zeit unterschätzt. Was das doch dauert. Also ich habe jetzt fast eine halbe Stunde das Ganze drauf gehabt. Das war schon mal der erste Fehler. Dann der zweite Fehler war, der Teig war zu viel. Also war zu hoch der Teig. Ich hätte ihn dünner machen müssen. Der dritte Fehler war, dass ich dann das Olivenöl schon reingemacht habe. Somit hat sich der ganze Teig vollgesogen mit dem Ganzen. Ja, und den vierten Fehler habe ich bestimmt auch noch gemacht. Ja, ich habe halt nicht abgewartet, bis die optimale Hitze da auf dem Grill jetzt war. Aber das war jetzt halt auch für mich eine Lehre, dass ich das nächste Mal das nicht gerade unbedingt so ein Video mache, bevor ich Nachtschicht habe und die Zeit nicht einkalkulieren kann. Okay, ich nehme es mal, Achtung. Ich mache mal kurz aus. Ich hole noch ein anderes Brett, weil das ist hier oben auch alles ziemlich heiß. Sonst verbrenne ich nur noch den ganzen Tisch. So, einen Topflappen macht das bestimmt auch. Das ist leider noch im Garten. Boah, ist das heiß. So sieht es ja eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Wie ihr vielleicht Wochen gesehen habt, wo ich zum ersten Mal den Deckel abgehoben habe, ist das zusammengefallen hier wie so ein Kuchen. Dann schaue ich auch mal, ob es überhaupt rauskommt, will. Ich stelle euch mal hier abhin. Okay, freiwillig will es schon mal nicht. Also irgendwie hier ist es ziemlich gut schwarz. Ich schneide es mal in der Mitte durch. Ich würde sagen, diese Seite Ja, ein Glück an die, die ein Stativ haben. Also riechen tut es wirklich super, auch wenn es jetzt ein bisschen schwarz ist. Auf jeden Fall ist es nicht jetzt großartig festgebrannt, wie man sieht. Ich habe jetzt zwar unten noch einen zweiten Teig, aber die Zeit nicht mehr dafür. Boah, ist das heiß. Okay, gut. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich würde ja gerne jetzt noch eins drehen, um zu schauen, ob das dann funktioniert. Aber ich glaube, das funktioniert wirklich, das Ganze. Wenn ihr, wie gesagt, die Fehler, was ich jetzt Wochen gemacht habe, das war einmal zu viel Teig, ihr hättet wirklich vielleicht, ja, Finger dicke. Das ist, glaube ich, schon zu viel, weil durch die Hefe geht das Ganze ja noch auf. Und dann halt, erst wenn die Hitze optimal ist, dann hättet ihr, ja, das optimale Ergebnis erreicht. Und dann natürlich auch dadurch, dass sich das ganze Ding hier vollgesogen hat, mit dem Olivenöl. Das war dann hier in der Mitte jetzt die Seite. Die war halt nicht optimal in der Glut- oder in der Feuerstelle drinnen gestanden. Ich habe es am Anfang ein bisschen auf die Seite gemacht. Das hat dann nur von der einen Seite hier Hitze bekommen, wie man jetzt sehen kann. Hier. Ja, okay, gut, das ist jetzt... Oh, Mann, ist das schwarz. Aber, okay, gut, das kann man ja auch wegkratzen. Das sind wir ja nicht so, denke ich mal, beim Duschcraften, dass man da so penügel isst. Wir essen ja auch schließlich Sachen, die am Straßenrand wachsen. Das sollte das bisschen schwarz nicht stören. Und das rögt sich eigentlich ganz gut. Und, ja, ich weiß, verbrannt kann krebserregend sein. Man muss es ja nicht die ganze Zeit essen. Aber so ein selbstgemachtes... Auch wenn es jetzt wahrscheinlich scheiße geworden ist, dem ist mir egal. Ich probiere es jetzt nochmal für euch kurz. Also, ich kann sagen, bis das jetzt das Schwarze da unten jetzt abgeknabbert hat. Schmeckt super. Ist ziemlich weich. Also, jetzt nicht zu weich. Aber durch die Kräuter, da sieht man auch noch die Zwiebel. Da ist Speck. Doch, also, fürs erste Mal. Da werde ich jetzt doch kein zweites machen. Jetzt weiß ich, wo die Fehler liegen. Ich habe, oder hoffe, mal, dass es euch ein bisschen gefällt. In diesem Sinne, ich verabschiede mich jetzt in die Nachtschicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Ja, jetzt war gerade der Akku leer. Jetzt habe ich gerade noch zwei Sachen. Äh, was heißt Akku leer? Der Speicher war voll. Jetzt habe ich gerade noch schnell zwei Sachen gelöscht. Dass ich euch ordentlich Tschüss sagen kann. Also, ich sage jetzt mal Tschüss. Und, ähm, ja. Wir sehen uns auf YouTube wieder. Übrigens, geschnitten hier mit dem Messer von FUWA Force Films HD. Schaut mal vorbei, wer ihn noch nicht kennt. Das Paracord ist vom Stefan 1,2, 3,3,2,1. Und, in diesem Sinne, Bye, bye.